gewerbeanmelden vor nachteile vorteile ich bummst das finanzamt nicht nachteile man muss steuern bezahlen also naja spaß also wenn du gewerbeanmeldet kannst du alles besser skalieren du zahlst zwar deine steuern aber das machst du ja auch wenn du arbeiten gehst oder wenn du ganz normalen angestellten verhältnis hast als ja auch deine steuern für krankenversicherung für rentenversicherung hast du nicht gesehen was machst du als selbstständiger beziehungsweise machst du das dann im reselling business auch vorteile sind halt echt extrem dass du mehr traffic bekommst zum beispiel bei ebay dass du zum beispiel bei amazon verkaufen kannst dass du da auch ja so eine gewisse also hat du kriegst definitiv mehr aufrufzahlen und kannst das viel besser skalieren du kannst die fahrten zum flohmarkt zum beispiel absetzen du kannst alles büro material absetzen du kannst konsolen zumindest am anfang wenn du die zum testen oder sowas hast kannst du alles von von der steuer als büro material gelten machen genau fahrtkosten dann kannst du auch einen gewissen teil dein fahrzeug oder je nachdem was du halt auf dem flohmarkt hast von der steuer auch absetzen also hat einen gewissen teil dadurch einen fahrten buchen et cetera genau also halt ich sehe da drin tatsächlich nur vorteile und natürlich dass du nicht wegen steuer hinterziehung dran kommst einen nachteil von einem gewerbe anzumelden gibt es was überhaupt nicht weil du kannst es halt trotzdem auch so deine laufenden kosten die du hast von der steuer gelten machen oder beziehungsweise gegen rechnen und dann hast du dann halt wenn du sozusagen auf dem papier dann 0 gewinn hast weil du hat zum beispiel viel büro material eingekauft hast hast du einen krassen pc geholt um halt bei ebay schneller zu listen hast dir zwei bildschirme geholt zum beispiel um eine bessere übersicht zu haben hast du vielleicht den e-roller geholt oder einen e-fahrrad um halt damit auf dem flohmarkt auch immer zu gehen und dann deals zu machen dann kann man das halt alles gegen rechnen und dann wenn du halt sagen mal ein jahr jetzt hast wo du kein gewinner wirtschaftet hast oder beziehungsweise auch vielleicht im minus stehst zahlst du darauf ja keine steuern das verschiebt sich dann sozusagen auch alles ich habe jetzt auch kurz vorher also ich habe am 31 12 habe ich noch mal ordentlich bei amazon bestellt habt ihr ordentlich kohle gelassen weil das kann man dann alles halt wiederum in neue ware reinstecken und dann verschiebt man sozusagen die steuerzahlung es gibt eigentlich nur vorteile tatsächlich würde sagen es gibt gar keine nachteile was hat ein sehr sehr großer vorteil ist was viele auch unterschätzen ist dass man dann nicht wegen steuerhinterziehung dran kommt weil es herrschte aber glaube dass irgendwelche freigrenzen gibt oder aber halt auch irgendwelche freigrenzen gibt es tatsächlich nicht wenn du ein produkt einkaufst um es mit gewinn weiter zu verkaufen dann handelst du damit gewerblich und bis dazu verpflichtet einen gewerbe anzumelden that's it that's the point und mit dem privatverkauf hat er jetzt mit dem steuertransparenzgesetz uns die regierung beziehungsweise ja man kann fast schon sagen regierung finanzamt uns eine vorgabe gegeben dass man jetzt zum beispiel nur 2000 euro im jahr machen darf indem man halt jetzt seine privatsachen verkauft und von daher nur die schworen folgt jetzt den nordisch worden viel vielen dank für dein follow sorry für die lauten alerts aber wir gucken uns gerade im clips an die halt leiser sind was geht schön dass du mir ein follow da gelassen hast ehre geht auf jeden fall raus bis zum nächsten mal